Die Steuermindereinnahmen durch die heutige Steuerschätzung bedeuten 18 Milliarden D-Mark, öffentlicher Gesamthaushalt weniger, 9,1 Milliarden D-Mark beim Bund. Das erfordert finanzpolitische Entscheidungen. Die kompensierenden Maßnahmen müssen gesamtwirtschaftlichen und haushaltspolitischen Maßstäben gerecht werden. Eine zu starke Anhebung der öffentlichen Kreditaufnahme würde das Vertrauen der Märkte gefährden und zu höheren Zinsen und Wechselkursturbulenzen führen. Das wollen wir vermeiden. Es geht nicht darum, das will ich in aller Klarheit sagen, dass wir an den Verkauf von Gold oder Devisen, Beständen und Reserven denken. Und wir denken nicht daran, die stillen Reserven in der Größenordnung, wie sie vorhanden sind, aufzulösen. Sondern wir denken daran, dass ein großer Teil dessen als Neubewertungsrücklage erhalten bleibt, selbstverständlich die Grundkapitalausstattung der Bundesbank in dem Zusammenhang verbessert wird und gesetzliche Rücklagen gebildet werden. Beim gesamtwirtschaftlichen Defizit in der Maastricht-Abgrenzung werden wir die 3.0 erreichen. Im Interesse der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und wir als FDP werden daran festhalten, wir müssen die Steuerschraube lockern, die die Konjunktur abwirkt, damit sich die Wirtschaft wiederbelebt und mehr Menschen wieder Arbeit finden. Wer keine Arbeit hat, kann auch keine Steuern zahlen. Bevor diese Gremien getagt haben, kann ich nicht ins Detail gehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.